Na gut, dann mach mal auf das Ding. Okay, soweit so einladend. Ui, das kann ich mir eigentlich mal leer. Zeitungsausschnitt. Das ist eine sehr spannende Story und so, ja. Wenn du schropf das, sie stellen einmal auf. Es sieht aus, wie man hier gebückt läuft, wie ein Entengang. Oh, gleich kommt er, glaube ich, dahinten irgendwo. Ach, das wollte ich auch machen. Wie war das doch noch in der Ecke? Ja, da kommt das Wasser hier, ja, okay. Bei mir waren die gleich ganz vorne gewesen. Ich bin auch der Meinung, dass die ja schon waren. Mit dem Wasser, soweit war ich gar nicht. Mal Schwimmringen hier. Oh ja, doch, doch, genau hier war das, genau hier war das. Gibt es hier eine trockene Fläche, wo ich das Ding hinspeisen kann? Toll. Oh, da kommen sie noch, da sind sie. Genau, die Seite oder was, ja. Alter. Alter. Das war's für mir. So ein Heslon. Krasser Typ. Hat er was? Ja. Auf den anderen einmal mit dem Messer, äh, auf den einstechen, wie es aussieht. Kannst du ja ausweiten gehen, ne? Ein Stück rausschneiden für, mit Handelrüstung wahrscheinlich. Ja, bei dem geht das aber auch nicht. Zeig mir keinen E an. Du wolltest doch mal wissen mit dem Pfeilen, ne? Wenn du nach unten guckst, und bei euch ist das eher, dann kannst du Pfeile immer wechseln. Okay. Also muss aber erst ausgerüstet haben, ne? Mhm. Ah. Na cool. Hier ist einer. Ja, der ist harmlos eigentlich. Ja, das soll hier so ein Blinder, ne? Oh, Vorsicht, da rechts, 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 rechts. Schon gemerkt. So eine Mutti. Ey. Dann kürze ich nicht. Und es bin ich noch mal um. Bitte. Die Tasche ist da hier für irgendwie nicht so cool. Wurde meine Pfeile zurück. Jetzt hier auch wieder? Ja. Die stecken da. Die kann man ausweiten. Da kann man sich mal einen ordentlichen Schlüssel abschneiden von der Dame. Sollte wir das Feuerzeug nehmen, das war irgendwie besser. Ja, für die Höhle reicht das aus. Wo liegt eine andere, ne? Hier ist auch noch ein Pfeil drin, ne? Kann die auch gar nicht ausweiten, nicht? Hm. Und jetzt geht's auf einmal. Vielleicht war ich Katrin mal. Den ersten kann ich ja gar nicht, ey. Ne, der hat nichts dabei, der ist. Geht gleich super aggressiven? Keine Ahnung. Oh, ich würde auch ein bisschen anstrengen, aber nicht so einfach wie bei mir. Da konnte ich durchlaufen, weil ich die Rüstung hatte. Mhm. Okay. Auf jeden Fall kann man sich ja wohl eine gute Knochenrüstung bauen, bis es aussieht. Wann die eigentlich auch kombinieren? Mutantenrüstung mit Knochenrüstung? Ne, ne? Früher ging das. Oh, ich hab eh kein Klebeband. Oh, schade um die ganze Knochen war. Und dann gehen wir denn. Gut, aber ich bin das erste Mal, glaube ich, rechts rum. Links rum gibt's, glaube ich, da zu dem anderen Gebiet, da wo. Weil das eigentlich egal. Ah, links rum zum anderen Gebiet. Ja, ich will ja nur nicht verraten, was da kommt. Aber, 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 was machen alle? Zeigt die oben noch rum. Achso, steht in der Wand, okay. Warte mal, ich muss mal ganz kurz, ich wechsle mal auf das Feuerzeug. Geht das überhaupt irgendwie? Ja. Warum macht er das nicht automatisch? Ich weiß nicht, welche Nummer. Gibt's für Feuerzeug noch eine andere Kurztaste? L. Ja, da macht er bei mir automatisch die. Da muss ich das Feuerzeug erst nehmen, äh, elementar. Da muss ich automatisch, also manuell nehmen, genau. Ja, nimmt, glaube ich, das letzte Lichtding, nenn ich's mal. Das Lichtding? Ja, ja. Die letzte Lampe, Beleuchtung. Das Lichtding vom Lichtding. Ja. Das ist praktisch. Genau. Dann bräuchten wir uns hier auch keine Sorgen machen. Äh, richtig. Aber erstmal Tanks vor. Äh, ich nicht. Bin fast tot. Tito. Okay, ich hab irgendwas gehört. Ja, warte, ich hab noch eine Fackel hab ich noch. Ich hab meine schlaue Weise ins Wasser geschmissen. Guten Tag. Ich will meine heile Dings nicht, ich wird schon neben, ey. Das ist noch Verschwendung, oder? Ah, sparsich doch noch. Ein Schlag kann ich vielleicht noch ab. Was? Ja, ich auch. Das ist noch easy. Das ist schon so ein schöner Schläfer. So. Eins. Zwei. Pieksen. Hahaha. Okay. Das ist, glaube ich, noch irgendwas. Ja. Aber das ist ja so ein großer Winter. Ah, ich bin grad am Aufbau. Ich muss das ausweichen. Oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Da kommt einer wieder, mit dem offenen Bauch. Oh. 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 Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. kleinigkeit aber von dem pop ist denkt man jetzt ausweiten komischerweise hier geht es auch bei der tante hier nicht krieg ich das wieder nicht hin ist das zufällig weil es zufällig und für jeden der halte ich habe nur von den ganz fetten bekommen ich habe ich habe ja von dem hier ich habe von dem unseren fetten aber ich muss gleich dass die drei sind dann ist doch zufalls blut schläft denn hier so schönes so hier gibt es auch einmal links rum aber rechts und er hat gerade aber wo ich ja ja wirst du denkst oder auch nicht so irgendwie ja nicht da genau das passt dazu noch deine erste fackel ja wir halten aber gut war ich habe keine habe ich noch habe ich nicht ich sehe zwei hier kommen die babys sind vier hier wenn wir das beste glaube ich habe ich ja nicht hergestellt sollte ich ja noch nicht das beste galoppel 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 ich habe ich da geschlagen das baby da wird die mami aber böse sein okay ich vielleicht noch zeug für molly dabei ein künftig bauen glaube ich ich glaube jetzt brauchst du das war noch mehr babys kommen glaube ich nicht ich weiß schon gar nicht mal welche plätze ich belegt habe welche nicht tja ich belegte auch doppelt und dreifach hier gut � ich hier muss auch was hier gibt es ja die mit täubungspistole liegen wertvolle getränke rum es aussieht hier ist nichts haben ist mal durch den spalt gucken daher ob jeder was erkennen könnt ich kann da was erkennen es ist groß in der molly wahrscheinlich gerechtfertigt ich verdurste gerade kann man den mollys einfach so trinken ich hab das auch nicht erkannt was es sein könnte dann kommst du nicht rein das ist fett mama auf jeden fall ja noch mal sieht aus wie ein riesiger schnecken mutant oder sowas kann japan cosplay okay also jetzt zurück auf den anderen weg sagst du ja hier geht es ja nicht mehr weiter ne ne aaaah hier? nee noch ein weiter ne vor den babys war das noch wer hat das radio umgestellt oh hier wo es das gewesen war hier rein okay ging es hier überhaupt weiter ich weiß es gar nicht genau aber hier gibt es auch irgendwo neue fackeln ansonsten sehe ich hier auch nichts nichts verstecktes nichts schickes ich glaube das ding was man holen sollte war einfach nur die knarre ne das stimmt na gut über eine abzweigung haben wir ja da vorne noch ne die große gut ja ganz vom anfang ne ja überall hat er schon kaputt schon mal wer probiert die betonbustwaffe ja schon ich hab's ja ich heute einmal geschossen da kam nur so pfff und dann war es dachte ich teuer ja dann habe ich es auch noch bei so einem dicken ausprobiert und hat natürlich nicht geklappt da hat er mich erstmal gleich weg genommen das war die ganze mühe wert ja ich weiß auch nicht ob die die länger gedrückt halten muss oder vielleicht habe ich die auch falsch bedienen man weiß es nicht die knochen die knochen noch so einen alten fisch rein zwirbeln hier wenn ich auch mal gesund habe ich würde doch mal machen mal was hier trinken ja ich muss was trinken aber irgendwie ich bin aber schwer aus der hand ähmel macht er hier nicht ey so ein scheiß das ist zu flach wahrscheinlich hin aber wir kommen eigentlich auch gleich ans wasser müssten wir ich weiß nicht ob du das trinken kannst oh hier ist einer ach so eine medaille ist nur einer ne eine die animation weiß ich hoffe ich habe alex ausgeweitet nein habe ich nicht das ist sehr merkwürdig ja aber wohnen soll gerade nicht und ob die waffe aus der hand legen vielleicht jetzt daran mit sperr kann man nicht trinken und so aber macht er nicht ich habe auch keine achse in der hand kann dann geht das eigentlich nur das ist ja dummisch große freie fläche macht mir sorgen ich schmeiße noch rechts nach links finde ich schon eine wand das ist auch gar nicht gab es ja auch eine gabelung hier ist ja nichts weiter mal die ecken absuchen nichts irgendwas zwischen den ganzen dingen steckt was man brauchen solchen dinge habe ich immer angst es zur arena wird und hier 15 wie ich auf einmal auftauchen oder so ich habe jetzt nach hinten geworfen also ich kann auf jeden fall durch krabbeln ist ja was schönes drin ja gerade durchgehen können das macht aber so viel mehr spaß ja der hüllenforscher simulator hier kann man links lang laufen ui da geht es aber ganz schön bergab das ist ja hier geht es bergab wo kann man hier links laufen ja hier ab hier hier liegen teile rum ein zeilen ein zeilen hier kann man runter ich weiß nicht wozu aber kann man einsammeln er weiß gar nicht gleich rein ich habe es nur kurz angeklickt zum einsammeln ja gleich lecker oberarm wo gab es hier hinten noch stuff genau ja hier gibt es was zu trinken auskommen hier das war es hier und ein gutes darf es auf der anderen seite auch hier sind haie ungünstig hier den sehe ich jetzt zum ersten mal bei mir war er nicht da und ich bin da reingefallen ich glaube zwei stück sind da drin ja und praktisch aber aber was für den fetten viecher ich finde nix zu trinken habe alles weg hier gibt es nicht für mich habt ihr die arme und beine mitgenommen kann man gut anknabbern aber ansonsten kann man gut anknabbern aber ansonsten ich habe versucht sie zu nehmen aber es ging nicht also einen sehe ich aber einen zweiten alter sieht aber auch fies aus ne alter schwede so was gibt es da hinten schönes hey jetzt weißt du auch wofür die arme hier sind kollege ablenkung aha ja aber das macht jetzt noch keinen sinn kommen wir erstmal hier mit rüber weil dazu brauchst du nämlich wahrscheinlich das was da hinten ist eine m16 eine extra unter wasser im sich ich benötige das da ist es tauchgerät habt ihr beide ja da scheint nichts zu beeindrucken das habe ich mich zum beispiel auch nicht mehr getraut weil ich habe ich habe gewusst dass es wohl haie gibt im spiel aber gesehen habe ich noch keinen jetzt wo ich ihn sehe habe ich noch mehr schützt wo ist diese rüstung das rüstung das rüstung das rüstung ich nehme mir die sachen jetzt auch mal alle ich noch so in die beiden das kann ich auch nicht genau ihr beschmeißt jetzt mit körperteilen ich versuche hier bereit zu tauchen ich habe das ding gerade angelegt der kommt hier aber nicht her irgendwie ich weiß ich werde noch mal gucken die sound animation ist wohl nicht richtig genau so ich war das scheint jetzt zu beeindrucken und da ich habe ihn geschmissen ich glaube nicht dass es ausreicht und noch mehr rein schmeißt was wir suchen keine ahnung gucken was wir da im wasser wenn ich mit dem bogen schieße tauch ausrüstung dann macht es plump dann können wir eine steinschlorbe schießen ja nimm das dann wer tut aber ich sehe hier nichts mehr ich sehe auch nichts ich mach mal die taschenlampe wieder ein hier wo ist die eigentlich die ist wahrscheinlich nicht wasserdicht ne die hier stand meine ich die da ein und ausschalten ich habe die vorhin ausgeschaltet also die meinte ich äh fisch hier ist tot haben wir den gekillt da in der mitte dann hol dir mal dann später zurück jawohl also mit dem bogen geht das kann man den lugen ich sehe mal eine ganze menge gar nichts hier unten nichts kann also ich muss ach die sätze automatisch auf die die rüstung okay ich habe mich jetzt höchst wahrscheinlich verschwimmen hier das finde ich das finde ich nice rausgekommen an den linken okay das ist ein schacht hier ich guck mal wohin er führt ist nämlich irgendwie so an den ersten die 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 die